So jetzt Blue Emotion von Skypaint So jetzt gibt es für euch Black Thunder Keromax 5,5 Gramm Black Powder So schauen die Dinger aus, ja ordentlich, schauen wir mal wie die so sind Eher schwach Ich weiß schon besser Ich weiß schon besser Ich weiß schon besser, weil es so wenig Druck dahinter Ja Naja, eher so mäßig Pulp Fiction von Leslie Geil, geil, geil! Jetzt gibt es die Cubis vom Lidl. Boah, der war echt gut! Zwei auf einmal. Drei, zwei, eins. So, jetzt der letzte noch am Eis. Eigentlich ganz ordentlich die Teile so. Magic Thunder jetzt. Magic Thunder. Das ist etwas niedrig. Kräckling Rukan. Kräckling Rukan von Jörg. Ja, 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 ja. Let's go. Ries auf. Wo ist denn die Dome? So, Kräckling Rukan. Let's go. Kräckling Rukan von Jörg. Kräckling Rukan von Jörg. Kräckling Rukan von Jörg. Sehr, sehr fein, das Teil. So jetzt gibt es Area 51, WECO, Neuheit 2019, beim Penny gekauft, 4 Stück, enthalten. Schauen aus wie Tornado-Wirbel von Funke. Schauen wir mal wie die so sind in der Dämmerung. Jetzt Rocket Party von Star Trade, 12 Stück Raketen, machen wir auf da, fahren wir mal wie die so sind. Blau, Rot, Grün, genau dasselbe da drüben, ab gehts, Grün, Star Trade, alles klar. Rot, Blau, das letzte mit dem Crackling, aber überhaupt keine Kaufempfehlung. Nicht so geil, die Teile Snatch vom Penny. KAUSELF 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 BIRDS CHIRT Bis zum nächsten Mal.